Ihr müsst immer auf zwei Dinge achten. Es gibt eine Arbeit, die ist verboten an für sich. Und dann gibt es eine Arbeit, die ist nicht an für sich verboten, aber wenn bestimmte Dinge mit hereinkommen, dann ist sie verboten. Man sagt, die Werke hier und die Reden. Zum Beispiel, ist es verboten, als Tischler zu arbeiten. Die Arbeit ist halb, richtig? So, aber deine Auftraggeber sind alle Casinos. Die rufen dich und sagen dir, mach uns hier schöne Türen, feste Türen. Problematisch, oder? Wenn schlimme, verbotene Orte sind. Deine Arbeit an für sich ist nicht. Auch Tijara, jede Art von Tijara ist erlaubt. Weil Allah das erlaubt hat. Außer die Tijara hat mit was zu tun? Mit Dingen, die unsere Scharia verboten haben. Und die Zinsen sind ganz klar verboten. Ein jeder, der mit Zinsen handelt, so begeht er eine gewaltige Sünde gegenüber Allah. subhanahu wa ta'ala. Allah azzawajal sagt, fa'illam ta'adhanu, fa'illam ta'adhanu, fa'illam ta'adhanu, fa'adhanu biharbi min Allahi wa rasul. Wenn ihr nicht aufhört, bedeutet mit dem Zinsgeschäft, weil vor der Botschaft war das nicht verboten. War das nicht verboten. Aber an diesem Tag hat Allah azzawajal das verboten. Wenn ihr nicht mit dem Zinshandel aufhört, so macht euch gefasst auf einen Krieg mit Allah und seinem Rissen. Ja, wie du bekriegst Allah. Du bekriegst Allah. Abu Barah, ich nehme keine Zinsen. Rasulullah s.a.w. sagte in einer Überlieferung bei Imam Muslim, derjenige, der Zinsen gibt und nimmt und schreibt. Das heißt, er vermittelt das. Sie sind gleichermaßen verflucht. Es gibt keinen Unterschied zwischen ihnen. Daher, der Handel mit Immobilien ist nicht verboten. Aber was ist verboten? Dass du verantwortlich bist, um Zinsgeschäfte herzustellen. Das ist verboten. Mal vor, zwischen der Arbeit, die an und für sich verboten ist, und einer Arbeit, die durch bestimmte Dinge verboten wird. Wollahu Ta'ala A'la wa A'la. Bitte schön.